startklar drittes rennen und boxen auf zum pritt rennen los geht's und guter start hier an der außenseite von ocean diamond aujana ist gleich dabei auch kiss vom greta innen geht jetzt an die spitze kiss vom greta führt dahinter kommt ganz innen auch lanusa durch dann haben wir mrs polyfax die allerdings ein bisschen nach außen tendiert da ist aber nichts passiert aujana hat jetzt platz zwei übernommen dann ocean diamond dann lanusa und dahinter mrs polyfax dann sehen wir auf dem nächsten platz lowell und so geht es erstmal in die gegenseite hinein dort hat die spitze also aktuell an der innenkante kiss vom greta aujana an zweiter stelle dahinter dichter auf ocean diamond dann ist es an der innenseite lanusa vor weiter außen versucht sich jetzt zu verbessern brillant star der gast aus tschechien wenn wir an letzter stelle mr vancouver sehen der sich da ein bisschen schwer tut in der gegenseite vorne aber unverändert kiss vom greta ende gegenüber sind wir aujana an zweiter stelle dahinter ocean diamond dann wird brillant star außen gebracht kommt jetzt auf platz vier auf höhe von lanusa an dahinter lowell und auch chargall in dieser gruppe mit dabei von mrs polyfax dann bailey und weit zurück monsieur vancouver so geht es jetzt schön den berg genau für die teilnehmer hier vom kamerwagen eingefangen und die spitze weiterhin bei kiss vom greta mit aujana an der außenseite ocean diamond auf dem dritten platz dahinter brilliant star dann machen sich außen bemerkbar chargall und auch lowell versuchen nachzusetzen in wird lanusa etwas kürzer und so geht es jetzt in den schlussbogen hinein wo weiterhin kiss vom greta das kommando hat an zweiter stelle aujana schon ein bisschen geritten in des ocean diamond aber gut dabei und wird gleich angreifen weiter außen wird dann chargall gebracht und lowell macht bodengut dahinter brilliant star voran aber kiss vom greta angriff jetzt von ocean diamond der stärker wird dahinter übernimmt dann chargall rang drei lowell innen ist aber auch noch gut dabei und hier vorne der zweikampf kiss vom greta und außen ocean diamond die fängt es hier aus ocean diamond jetzt im vorteil kiss vom greta und dahinter kommt jetzt noch der angriff von lowell außen lowell ist da lowell außen noch die siegerin vor ocean diamond dahinter kiss vom greta dann war es chargall und dahinter bailey dann eine lücke bis zu brilliant star und aujana und dem etwas aufgelösten rest und da so und da so die Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf dem zweiten Platz die 6 Ocean Diamond, dritter die 2 Kiss vom Greta, vierte die 3 Chagall und fünfter die 8, das ist Bailey.